Machen wir dann mal jetzt. Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserem zweiten Versuch, Streaming Versuch. Wir hoffen mal, dass wir heute nicht abstürzen werden. Ich habe ein extra Netzwerkkabel gekauft, 30 Meter lang, weil unser Anschluss ja eine Stube ist. Und unsere ganze Streaming Geschichte steht hier natürlich im Büro. Wir schauen mal, ob es was wird. Drückt die Daumen. Ja ihr Lieben, das wird eine ganz einfache, lockere Talkrunde. Ihr könnt Fragen stellen. Ich habe ja schon bei Instagram eine Fragerunde erstellt und dort sind auch schon ein paar Fragen gestellt worden, Fragen gefragt worden. Also wenn hier jetzt mal nicht ganz so rund laufen sollte, greife ich aufs Handy zurück und wir können dann gerne mal die Fragerunde eröffnen. Jetzt will ich erstmal sehen, wie der Live-Chat oder der Stream sich so entwickelt mit euch zusammen. Ich kann hier aber immer nicht gucken, wie viele drin sind. Das muss ich, irgendwie kann man das bestimmt noch einstellen, aber wie gesagt, wir stecken ja noch völlig in den Nachfragen. 50 Leute sind wir schon. Wow, Wahnsinn, 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 Wahnsinn. So, erstmal muss ich mich mal durchlesen, ob es euch allen gut geht. Schön, dass ihr alle dabei seid. 50 Leute. Ja, achso, übrigens noch zur Information. Ihr seht, ich habe hier kein Chat eingeblendet. Achso, die Maus kann man ja nicht sehen. Ich habe den Mauszecker noch nicht. Das habe ich vergessen wieder. Ich glaube, die Maus kann man im Bild nicht sehen, ne? 50 Leute, 54. Ist Philipp Sonntag dabei? Philipp ist Sonntag dabei, ja. Bevor ich auf eure Fragen eingehe, kleinen Augenblick, wenn ihr diesen Live-Chat hier, diesen Live-Stream nicht, also live sehen könnt, logisch. Ich lade ihn hoch und man kann den Chat dann, weil viele ja gar nicht wissen, worum es geht, worüber wir reden, einfach unter Live-Chat nachlesen. Also ich brauche ihn nicht hier, weil ich direkt auf YouTube streame, nicht hier irgendwie links oder rechts ins Bild einblenden. Er wird danach gleich gespeichert und es unter Live-Videos dann zu finden und auch nochmal nachzulesen, falls der eine hier auch mal los muss oder keine Zeit hat. Okay, wir wollen mal anfangen, Fragen zu beantworten. Ich gucke mal, ob ich schon was verpasst habe. Wir hören dich gut. Alle dabei wieder? Wunderbar. Das freut mich. So, Philipp. Ach, ist Philipp am Sonntag mit dabei? Ja, Philipp ist am Sonntag mit dabei. Liebe Grüße aus Wattenscheid, schreibt die Susanne liebe Grüße zurück. So, Friesen-Urbex? Nee, wer hat die erste Frage? Das rutscht hier immer hochautomatisch. Perfekter Ton, da war ich nicht so weit. Erste Frage, aber Friesen-Urbex war doch zuerst. Wo bist du denn hingerutscht? Na gut. Dann machen wir erst den Ruhrpott-Pelzer. Erste Frage von mir. Genau, wann kommt Klopapier von euch auf den Markt? Ja, haben wir mal darüber gesprochen, ne? Mit eurem Logo und Konterfeierabend, was? Konterfeierabend, feierabwechselnd, endlich auf den Markt. Ja, das war mal so eine Schnapsidee von uns, da haben wir wirklich mal drüber nachgedacht, ne? Aber ich glaube, das verläuft im Sande, ich weiß nicht genau. Wenn ihr Toilettenpapier haben wollt. Ach, hier kann man ein Herzchen drücken? Ich drücke jetzt auch mal Herzchen. Oh, kommt das auch hier? Erscheint das auch hier? Ja, gehen wir mal weiter mit den Fragen. Also war wirklich mal so eine Schnapsidee von uns, ne? Weil wir fast auf jedem Toiletten, äh, auf jedem Lost Place Toilettenpapier gefunden haben. Gut. Ich muss am Ball bleiben. Und wo komme ich eigentlich her? Also Philipp und ich, wir kommen von der Insel Rügen. Okay, 64 Leute im Chat. Ich sehe die Fragen, äh, aber deswegen habe ich ja vorbereitet. Ähm, hab bei Instagram ein bisschen eine Fragerunde gestalt. Warst du schon mal in Duisburg? Nein. Steffen schreibt, ich finde es immer lustig, dass du jemanden hörst auf der Lost Place Tour. Ja, es ist, man hört viele Geräusche, äh, sehr viele Geräusche. Vor allem, wenn man alleine ist und vor allem, wenn es dunkel ist, ne? Wenn es außen abgebreddert ist und du bist in der untersten Montage oder im Keller. Äh, Lost Place ist immer, sind immer ein paar Geräusche. Manchmal sind auch andere Urbexer unterwegs. Manchmal sind auch, äh, Leute, die sich dort niedergelassen haben, äh, noch dort drinnen. Und manchmal ist es auch die Polizei. Manchmal ist es auch der Sicherheitsdienst. Und manchmal ist es auch der Eigentümer. Das haben wir alles schon erlebt, ne? Rügen, wunderschöne Insel. Jo, wir wohnen da, wo andere Urlaub machen. Das kann man, äh, ich hab's zwei Minuten bis zum Strand. Ich geh einmal über die Straße und bin am Strand. Das ist einfach so. Dafür haben wir andere Nachteile. Das ist alles extrem teuer hier. Und immer völlig überrannt im Sommer. Und immer alles ausverkauft. Und, 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 und. Es dauert alles immer länger, weil die Stadt ist voll mit Touristen. Und, 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 und. Also hat alles seine Vor- und Nachteile. Was hältst du von dem Vorschlag, den Manta zu erwerben und ihn flott zu machen und ihn für einen guten Zweck zu versteigern? Nichts. Der soll da bleiben. Erstmal bin ich kein Autofreak. Und kein, kein Bastelfreak. Und, äh, ja. Ich bin eher so der, der Typ, der sagt, so ein Ort muss erhalten werden. Dort streiten sich wieder die Geister, ne? Weil viele sagen immer, oh, so einen Schatz muss man doch bergen und restaurieren und so. Ich finde, ja, das hat die Natur sich so geholt. Und, äh, so wird es dann auch sein, wie wir ja alle mitgekriegt haben, die das Video gesehen haben. Der Eigentümer ist ja verstorben. So haben die Diebe, nenne ich es mal freundlicherweise, äh, oder, wie soll ich es sonst nennen, dass er auch rausgefunden, dass er verstorben ist. Also, ähm, meine Sache ist es nicht. Ja. Ich habe auch gar nicht die Zeit dafür, noch irgendwie jetzt ein anderes Hobby anzufangen. Also, nicht böse gemeint. So, da war noch eine Frage. Ähm. Was machst du beruflich? Ich bin Hausmeister. Gelernt habe ich Zimmermann. Was hältst du von dem Vorschlag? Achso, das hast du schon, habe ich schon gefragt. Ähm, Nova ABG fragt. Wird es mal ein Outtake-Video geben? Vielleicht so zu Weihnachten. Ja, da habe ich die, die, die Zeit verpasst, die ganzen Outtakes zu sammeln und jetzt alle Videosequenzen durchzugucken. Oh, ich weiß auch nicht mehr, wo was passiert ist und so. Die Idee an sich ist nicht schlecht. Ich hatte sie auch schon mal im Kopf. Aber ich glaube, ich bin ehrlich eher nein. Weil, äh, jetzt die, wie viele Videos haben wir drin? Wir gucken mal. Ähm. Hier ist unser Kanal. Wir haben 121 Video auf dem ersten Kanal und ich weiß gar nicht, wie viele auf den zweiten Kanal. Und, äh, davon dann noch, oh, die ganzen Videosequenzen durchzugucken und die Outtakes zu suchen. Weil unsere Filme gehen ja auch sehr lange. Das glaube ich, das schaffe ich nicht mehr. Andreas Röser, findest du deine Kommentare lustig? Wo bist du denn jetzt da? Findest du deine Kommentare lustig? Wie ist das gemeint? Äh, Hexmax fragt, kann man euch mal auf eine Tour begleiten? In Zukunft, äh, weil viele, viele Nachfragen werden wir das wohl, äh, mal langsam in Angriff nehmen. Aber es ist noch lange, lange nicht in Planung. Weil wir selber erst mal Zeit finden müssen, um, äh, ja, um Plätze abzudrehen. Wir wollen ja, äh, auf unserem Hobby nachgehen in erster Linie. Dann wollen wir hier euch mit Filmen, ähm, begeistern. Und, äh, aber warum nicht? Ich war erst immer so strikt dagegen total. Aber mittlerweile habe ich so seit 2, 3, 4 Tagen meine Meinung geändert und habe gesagt, warum soll man nicht mal einen mitnehmen? Ich habe auch andere YouTuber geguckt und die nehmen auch immer einen mit. Äh, ja, am besten wäre natürlich, sage ich euch ganz ehrlich, die Leute erwarten dann immer, dass wir einen Lost Place vorschlagen. Das Beste wäre natürlich, ihr schlagt uns Lost Place vor und dann kommt ihr mit. So wäscht eine Hand die andere, ne? Also es ist einfach nur fair, dann würde ich sagen. Äh, lieber Jirka Frage, die Horrorvideos, war das fähig? Jetzt kommt Butter bei der Fische und kommt öfter so, was, dass ihr hier so was, was von geflasht? Was? Und kommt öfter so was, das hat hier so was von geflasht? Ja, einige Fragen beantworte ich nicht. Äh, das überlasse ich eurer Fantasie. Ähm, ich weiß nicht, glaubt ihr an so was? Dann könnt ihr mal die Frage beantworten. So. Wo ist eigentlich Philipp? Wo ist Philipp wohl? Arbeiten. Hallo Jirka, bin noch wieder ein bisschen dabei. Liane, ich grüße dich. Ich grüße aus der Pfalz. So, jetzt muss ich mal aktualisieren. So, okay. Meine Schwester guckt zu. Schwesterherz. 80? Das ist übrigens meine Schwester, die 80 geschrieben hat. Also sie ist nicht 80 Jahre alt. Ich vermute, wir haben 80 Zuschauer. Ja, richtig? 87. 87 schon. Gut, okay, da keine Fragen kommen, da glaubt ihr dran. Ja, was glaubt ihr denn? Wer hat die Horror, wer die Horror-Videos gesehen hat, schreibt mal bitte eine 1 in den Chat. Das geht immer schneller. Ne, anstatt ja, ich hab's gesehen oder so. Es war eine 2 oder 3, ich weiß gar nicht, nee, 2. Ein Horror-Video, einmal im Kinderheim und einmal das, äh, Panorama Activity, genau. Wie heißt das? Ja, so. 1, da kommt schon die erste 1. 1. Und, äh, ist das wieder so verspätet, der Chat? 93. Glaubt ihr an sowas? Dass sowas passieren kann? 1, ja. Okay. Okay, 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 okay. Es kommt ein bisschen verspätet an, ne, bei euch? Okay, dann muss ich mich dran gewöhnen. Oder halt bei mir, der Chat. 1, 1, Wahnsinn. Dann habt ihr's da gesehen. Dann schreibt mal auch bitte rein. So viele haben das gesehen. Wahnsinn. Dann schreibt mal bitte rein in den Chat, ähm, ob ihr denkt, das war fake, oder ob ihr denkt, äh, das ist uns wirklich dort passiert. Das würde mich auch mal interessieren. War oder fake, ne? Das ist am einfachsten immer reinzuschreiben, bevor ihr hier ganze Sätze jetzt schreibt. 92 Schuhe. Zuschauer. Daniel, ich grüße dich. Ah, heute hatte ich eine ganz süße Begegnung mit Philipp. Ist Philipp dabei? Wenn da Philipp dabei ist, bitte melden. Bei dir ist immer so, wenn ich das verspätet ankomme. Ach so, das kommt bei mir verspätet an, ja? Gut, okay. Panorama Activity, hab ich gesagt. Okay, dann heißt es bei uns eben Panorama Activity. Ist wirklich passiert. Fake, fake, war, fake, war, natürlich war, das ist wahr, naja, fake, 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 Okay, sehr gemischt. Also, ich werde es heute nicht auflösen. Fake, aber Daumen hoch. Ich denke auch, es war wahr. Ich bin dabei. Okay. In erster Linie, lese mal die Videobeschreibung. Wir können sie mal zusammen lesen, passt mal auf. Dafür sind wir ja da. Wir gehen mal auf unseren Kanal. Also, ich muss auch auf YouTube gehen, auf Interagieren. Und dann kann ich hier auch mal auf unsere Videos gehen und mal die Videos raussuchen. Wo bin ich denn jetzt? Ach so, ich sehe mich ja, alles klar. Äh, also, das Kinderheim. Junge, Junge, noch mit, das ist ja noch mit dem, äh, mit dem alten, äh, mit dem alten Intro. Familie Bildpunkt habe ich mich da genannt. Aber darum geht es gar nicht. Ich wollte mal hier, euch den Satz vorlesen hier. Äh, wo steht er? Ach so, gleich unter dem Instagram Account. Dieses Video dient der Unterhaltung. Könnt ihr das alle lesen? Und damit glaube ich, habe ich schon eine große Frage oder einen großen Teil der Frage beantwortet. Gebt euch damit zufrieden? So, wo waren wir stehen geblieben? Einige haben geschrieben, ähm, ich habe noch gar kein weiteres Video gesehen. Äh, doch, ein Video habe ich schon gesehen. Das stimmt nicht. Äh, wo der Manta, da hat jemand auch, äh, auf YouTube reingebracht, dass der Manta geklaut wurde, äh, aber, dass einige YouTuber sich damit beschäftigt haben. Wenn ja, haben sich damit mehrere YouTuber beschäftigt. Habt ihr es mitbekommen? Und, äh, ja, wenn auch vielleicht mal reinschreiben wäre. Ne, würde mich auch mal interessieren, weil ich habe nichts mitbekommen weiter. Außer das eine oder die zwei Videos, die da zu sehen waren, von einem YouTuber aber. Jirka, macht ihr von jedem Lost Place auch Fotos, wo die Videos nicht auf dem Kanal landen? Oder stellt ihr die auch online zum Anschauen? Ne, wir sind leider keine Fotografen, äh, wir vergessen auch immer Fotos zu machen. Wir wollen auch von uns zusammen immer vor dem Ort Fotos machen. Das war unser Plan. Und dann sind wir wieder auf Tour und sind immer so begeistert und so geflasht vom Lost Place, dass wir das immer vergessen. Das Gute ist aber, ich kann ja aus den Videos immer Fotos machen. Aber sind wir halt selten zusammen vor einem Objekt zu sehen, wo wir, wir denken jetzt zu 60 Prozent daran, aber ne, es wird nirgendwo online zu sehen sein, weil wir sind auch keine guten Fotografen. So, hallo, cool dich mal im Livestream zu sehen. Du machst echt coole Lost Place Videos. Du bist hauptsächlich in Ostdeutschland unterwegs. Die Lost Place sehen meistens typisch DDR aus. Ja, viel, viel. Wir sind viel in Ostdeutschland unterwegs, äh, haben angefangen mit der Insel Rügen. Das war auch eine Frage übrigens, äh, bei Instagram kann ich ja mal beantworten, ob wir nur nach Karte fahren. Also unsere ersten Videos, dazu gehe ich mal wieder hier, ähm, auf unsere YouTube-Seite. Keiner Augenblick, ich muss mich mit der Technik noch ein bisschen beschäftigen. Ähm, kann hier nämlich nicht zurückgehen, ich muss mir wieder, also unsere ersten Videos, die haben wir alle alleine gesucht, die alle, die ganzen Plätze. Da war nichts mit Karte oder Hinweisen oder so. und, äh, ja, wo fängt's an? Das mysteriöse Haus, das war ein Hinweis, ja, von einer guten Freundin. Damit haben wir angefangen. Ne, wir haben eigentlich mit was anderen angefangen. Ich weiß gar nicht, warum das Video draußen ist. So, das Kinderheim. Das ist bekannt, wo das ist. Ähm, jemand steht hinter uns, ach so, Paranormal Activity, jetzt hab ich's auch, Paranormal Activity heißt es. Und dann geht's los. Die ganzen Dinge haben uns ja alleine ausgesucht. Ja, ne? Ähm, das war das, wo derjenige, da kommt nochmal ein Revisit, das ist eine ganz andere Geschichte, weil eine Nachbarin hat mir da fehlerzählt. Ihr seht meinen Mauszeiger nicht, aber ihr seht ja, wie die Videos anlaufen, ne? Das griechische Restaurant haben wir allein gefunden. Die Kleiderfabrik habe ich allein gefunden. Den Wohnblock hat man mir den Tipp gegeben, äh, was da vorkommt. Nacht Lost Place, bin ich allein unterwegs gewesen. Äh, okay, doch, waren schon einige Tipps dabei, aber nicht auf Karte. So, die Schule. Komisches Haus, komischer Bus, das hat Philipp gefunden. Also, äh, wir, es läuft so ab bei uns. Wir fahren mittlerweile viel nach Karte, weil wir jetzt alles abgegrast haben, was wir abgrasen konnten, in unserer Gegend, ne? Aber nichtsdestotrotz halten wir auch unsere Augen offen und sind sehr oft erfolgreich mit, äh, Zufallsfunden, so wie auch, jetzt kann ich ein bisschen triggern, äh, der Film, der, oder das Video, der, das am Sonntag rauskommt. Das ist der pure Wahnsinn gewesen. Jetzt habe ich eure ganzen Fragen verpasst, ne? Hier mal eine Frage. Aus welcher Ecke bist du? Ich komme von Rügen. Was war euer schrecklichstes Erlebnis auf einem Lost Place? Ich glaube, unser schrecklichstes Erlebnis auf einem Lost Place, und die uns jetzt schon lange folgen, die werden das auch schon wissen, ähm, ist, dass Philipp mit der Treppe eingestürzt ist. Also komplett mit der Treppe bis in den Keller geflogen ist. Und er lag auch nicht unter der Treppe, aber unter ein paar Brettern und war ziemlich eingestaubt. Das war das schlimmste Erlebnis für mich, für Philipp nicht, aber für mich war es das schlimmste Erlebnis. So, es geht weiter. So, Stefan. Stefan, mein Freund, Stefan, freut mich, dass du dabei bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Jäger und Völle, kommt mal nach Duisburg. Wäre echt mega geil. Ist immer eine ganz schöne Ecke, Googelt mal nach, wie viele Kilometer von Rügen nach Duisburg sind. Nachts ist immer cool. Haben hier ein riesen Fliegerhorst. Also, wir haben ja nachts begonnen. Unsere Reise begann ja so, dass wir erst 19, 20 Uhr immer losgefahren sind und da hat man uns stark kritisiert für, weil wir ja immer mit Licht arbeiten mussten und jetzt können wir uns das gar nicht mehr vorstellen, nachts loszufahren. Also, wir können uns das schon vorstellen, nachts loszufahren, aber da muss man halt Objekte haben, die nicht an der Straße stehen. Und früher hatten wir auch Objekte, die direkt an der Straße standen, aber irgendwie haben wir uns da keine Platte und keinen Kopf gemacht und haben immer Glück gehabt, dass wir nicht erwischt wurden. Und jetzt, wo wir öfter mal am Tage unterwegs sind, werden wir sehr oft erwischt. Ist einfach so. Hast du schon eine Einzeige bekommen? Fragt Andreas Röser. Ja, habe ich. Habt ihr auch mal Lust, ins Ausland zu fahren? Ja, ist auch geplant. Erst im nächsten Jahr zwar, aber jetzt steht erstmal die Harztor an und ich kann auch sagen, mit wem wir fahren. Es sind keine YouTuber, sind Fotografen, aber sind schon länger dabei als wir. Viel, viel länger dabei, sehr erfahren in dieser Hinsicht, war noch schon öfter im Harz und dort schließe ich mich jetzt an, hat sich eine Freundschaft entwickelt mit der Truppe seit anderthalb Jahren ungefähr und das ist die KUKU. Die wird euch jetzt nichts sagen, aber die werde ich euch, wenn ich dann darf, ich habe schon nachgefragt, ob ich Videosequenzen machen darf, vorstellen. Sehr geile Plätze, sehr geile Fotos. Ich kann ja auch mal bei Gelegenheit die ganzen Accounts hier verlinken und die KUKU, ja, wir haben dann ein Haus gemietet. Der Urlaub ist geplant, der steht fest, ist safe und dann geht es halt jeden Tag auf Lost Play Store im Harz. Von Sonntag ist Anreise bis, glaube ich, Donnerstag und Freitag müssen wir wieder los. Mit der KUKU. Das wird geil, Freunde. Das wird richtig. Die sind genauso beklopft wie ich. Philipp kann leider nicht mit. Der hat keinen Urlaub bekommen. Ja. So, weiter geht's. Da ist Philipp. Philipp Baumann. Hey, wir haben uns heute im Schuhladen unseres Vertrauens getroffen. Ja. Ich habe nämlich Tracking-Schuhe gesucht für den Sommer, weil man hat meine, ich muss es leider so sagen, guten Tracking-Schuhe oder guten Schuhe, Halbschuhe für den Sommer, die sind weg. Ich will jetzt nicht sagen, dass man sie geklaut hat aus dem Haustuch, aber die sind einfach verschwunden. Schuh ist verschwunden. Und deswegen war ich im Schuhladen heute und wollte mir neue Sommerschuhe kaufen, weil für den Winter habe ich ja Knöchelschuhe, Tracking-Schuhe. Und dort habe ich den Philipp getroffen. Und Philipp, Philipp war super süß. Ist auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich der YouTuber bin. Nee, du bist doch, oder du hast gesagt, dass ich der YouTuber bin, der Lust-Place macht. Und er hat sich super gefreut. Das war super süß. Fand ich echt, ey, kam echt von Herzen von dir. Das hat man gemerkt, wie du dich gefreut hast. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, für mich ist es immer blöd, wenn ich dann sage, wollen wir nur ein Foto machen? Weil viele trauen sich dann immer nicht zu fragen. Ihr fragt einfach. Wenn ich keinen Bock habe, dann sage ich das schon. Aber ich glaube, du warst so aufgeregt und so. Aber wir sind ganz normale Menschen. Fand ich super süß. Bist du zu mir gekommen? Wir haben kurz geschnackt. Ich habe gefragt, ob du heute Abend mit dabei bist. Und Philipp, da bist du. Schuhe habe ich nicht bekommen. Es gibt keine mehr. Haben sie aus dem Sortiment genommen. Muss ich im Internet bestellen, hat die Verkäuferin mir gesagt. So, liebe Grüße gehen raus. Somit an Philipp. Und Rügen ist ja nicht mehr so weit nach Polen. Ich kann mir vorstellen, dass man in Polen viele interessante Lost Plays finden kann. Ja, da war ein befreundetes Urbex-Pärchen in Polen. Und das Problem war dort, das soll jetzt auch nicht negativ klingen oder ich will da auch niemanden schlecht reden, aber in Polen, die leben ja, also da sieht jeder Ort aus wie ein Lost Place. Passt. Also, wenn man dort wohnt, weiß man, dass es kein Lost Place ist. Aber wir sind ja andere Sachen in Deutschland gewohnt. und es ist schwierig, dann Lost Place zu finden, weil dort Leute drin wohnen. Und das ist denen wirklich mehrmals passiert. Die haben gedacht, das Ding ist verlassen, ungepflegt, Dach repariert, geflickt mit Plane, weiß ich was alles und dort haben Leute drin gewohnt und das ist ja das Traurige. So, Daniel schreibt von Duisburg nach Rügen 753 Kilometer. Das ist für eine Tagestour, wir knallen zwar schon 800 Kilometer an der Tagestour weg, aber für eine Strecke erstmal nur hinzufahren, ist das ganz schön viel. Warum nennst du Philipp immer mein Hase? Das ist so im Sprachjargon drinne bei mir. Ich nenne viele Hase, aber naja, Philipp eigentlich am meisten so. Komm mal mit, Hase. Weiß ich nicht, das ist bei mir so drin. Das ist so, ja, gute Frage. Andreas, das wäre jetzt so, wenn ich dich Hase nenne. Also, wir sind beide verheiratet und haben Kinder und Familie. Also, wenn es in die Richtung gehen soll, nein, so ist es nicht. Was auch nicht schlimm wäre, sage ich euch ganz ehrlich. Wir hätten gedacht, dass man eher nachts erwischt wird, wegen des Lichts. Tagsüber müsste man noch weniger auffallen, außer man trägt es, erklärt man vor sich her. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, also das stimmt, nachts fällt man auf. Wir suchen jetzt Objekte, wenn wir nachts unterwegs sind, auf die abgelegen liegen, wo man auch mit der Taschenlampe umherfummeln kann. Aber, es hat sich ja so etabliert in der Urbex-Szene, dass wir halt eine gewisse, ähm, der eine Kanal macht es nicht und dadurch fallen sie halt nicht so auf. Die tragen halt noch Jogginghosen, ganz normale Jeans, T-Shirt und Turnschuhe. Äh, Turnschuhe finde ich ein bisschen fraglich auf dem Displays, aber gut, muss jeder selbst wissen, äh, weil es ja doch gefährlich werden kann. Aber so fällst du halt in der Stadt und im Ort nicht auf. Und wenn wir mit unseren, äh, Lost Place oder Urbex-typischen Sachen umherlaufen, äh, dann fallen wir doch schon auf. Dann weiß man eigentlich sofort, was Sache ist und halt noch einen Rucksack und vielleicht habe ich schon die Kamera in der Hand, aber deswegen habe ich, übrigens, falls ihr Fragen zum Equipment haben wollt, ich habe es extra bereitgelegt, was wir hier so benutzen, ne? Ja. Und, äh, ja, ich wurde am Tage öfter erwischt als in der Nacht. Also ich bin ja Fan der ersten Stunde, schreibt Marcel Malchow. Und das möchte ich kurz erklären. Wir haben fast dasselbe Alter, daran wird sich wohl, daran wird es wohl liegen. Ihr macht beide so herrlich und vor allem natürlich und ehrliche Trips. Ja, vielen Dank. Das ist natürlich immer, ähm, das hat, äh, der Philipp heute auch zu mir gesagt im Laden und wenn man das mal so, wenn einer, wenn man das so liest, ist es, ist es schon geil, ne? Aber wenn einer das persönlich noch sagt, ne? Und er folgt und er freut sich und er guckt auch jede Story und jedes Video schon gesehen, also fast jedes Video und weiß, ich wusste auch, ich brauchte nur ein Thema anschneiden und Philipp wusste sofort, worum es geht. Also, der ist wirklich auch richtig Fan gewesen, ne? Und das ist, das berührt einen irgendwie, ne? Das freut einen sehr. Wie geht es deine Nase von Philipp immer noch am Niesen? Ne. Philipp ist, äh, wieder fit. So, äh, ja, Fliegerhorst Polenz, da ist ein Riesengelände, schön versteckt. Seid mal so lieb und nennt bitte keine Orte, ja? Ich meine, das ist jetzt nicht schlimm, den Fliegerhorst hier, ne? Aber, äh, haltet euch mal bitte daran und, äh, nennt öffentlich keine Orte, wenn, dann schreibt mir das über, über, Instagram, wollte ich jetzt sagen. Ja doch, Instagram. Wie viele Leute sind wir denn? Wieso kann ich das denn hier nicht sehen? Das nervt mich tierisch. Ja, Freunde. Kleinen Augenblick. 105 Zuschauer. Ist ja schon gewaltig. So, habt ihr auch so was wie Wunschliste, etc., was euch Fans schenken können? Aber wir kaufen uns eigentlich alles selber. Für uns ist es schön und auch wichtig äh, für unseren YouTube-Kanal, wenn man uns anschaut, wenn man uns einen Daumen hoch gibt oder auch einen Daumen runter, wenn es nicht gefällt. Das könnt ihr auch machen. Es ist auch eine Reaktion für YouTube, wenn euch das Video gar nicht gefallen hat. Jetzt verballere ich die ganzen Fragen, hier sehe ich gerade. Ich scroll nachher zurück. Und, äh, kommentieren ist wichtig und, äh, wenn ihr richtig Bock habt, uns zu unterstützen, ähm, dann könnt ihr uns auch auf euren Instagram, Instagram-Kanal erwähnen mit dem Film, mit dem aktuellen Film, der draußen ist. und das ist schon Unterstützung genug. Natürlich brauchen wir noch einige Sachen, wo man so einen Amazon-Link reinsetzen könnte, ne, äh, aber bis jetzt, äh, konnten wir das alles noch selbst uns, äh, kaufen. Also, das Teuerste, gut, von der Kamera mal abgesehen und von der Schnitttechnik jetzt hier, ne, vom Laptop und weiß ich was, alles drum und dran und, äh, ist immer auf der Tour. Das Teuerste ist immer, oh, vielen Dank. Wie wird denn das ausgesprochen? Börlamp? Bierlamp oder so? Nochmals Hallo aufs Kanal. Ich hoffe, es geht dir gut. Hier in Kanada passieren viele Waldbrände. Vielleicht hast du das in den Nachrichten gehört. Ja. Ich gucke selten Nachrichten aufgrund der, nochmal angezeigt, vielen Dank, äh, aufgrund der aktuellen Lage bei uns in Deutschland. Ich will einfach nicht mehr, äh, mir diesen, mir das angucken. Wir wollen hier nicht politisch werden, aber ich hab's gehört, ja. Es ist schlimm mit den Waldbränden, ne? Also bei uns musst du auch Waldbränden. Aber jetzt bin ich von der Frage abgekommen. Wie alt ich bin, Jirka? Jirka ist 47. So, Friesen-Urbex. Jetzt hab ich dich ehrlich, ich hab das vorhin schon gesehen. Welchen Action-Cam benutzt ihr? Also wir benutzen, ähm, die Action-Cam von DJI und dann haben wir noch von DJI, äh, die, Gott, sieht man das? Pocket 2. So, wisst ihr, jetzt, jetzt zeige ich euch mal was, was schön ist. Äh, dazu gibt's nämlich noch, ähm, wartet mal mit den Fragen kurz, sonst überlege ich das. Das ist hier eine Powerbank. Da kann man die Pocket 2, äh, genau, Gott, ist auch noch spiegelverkehrt, schön anschrauben, ne, seht ihr schon? Dann macht man hier so ein Kabel ran, wo ist denn da? Dann macht man hier so ein Kabel ran, da, und wenn man dann die Powerbank andrückt, zack, da, dann lädt die, ja, weil dann, die Kamera hält ja bloß 90 Minuten oder so, oder so ungefähr, irgendwie so. Jetzt ist aber noch das Problem, und ich hab mich mal gewundert, warum die Leute, ich schraub das mal unten zusammen und zeig's euch mal dann, warum, äh, letztes Mal kam auch einer auf mich zu, ich hab mich gewundert, als er mich gesehen hat, und ich mich zu ihm drehte und auf ihn zulief, oder zu, nicht zulief, sondern zu ging, warum er denn abhaut. Ja, ich hab das so hoch gehalten hier. Mensch, wie ist das Spiegel verkehrt? So. Das ist lange geöcht hier. So. Da. Kann er gar nicht, kann er gar nicht zeigen hier. Wie sieht denn das aus? Das sieht ja nicht aus wie eine Kamera. Und ich hab mich immer gewundert, warum die Leute immer abhauen, wenn ich immer, ne, ich komm ja immer so. Das sieht aus wie ein Schlagstock. Und bis ich dann endlich mal dahinter gekommen bin und dann die Kamera runternehme und sag, das ist nur eine Kamera, da sind so viele Leute immer verschwunden oder haben nichts gesagt. Also, wir benutzen die DJ Osmo Action Kamera, die Pocket 2, das sind unsere Haupt, das sind unsere Kameras eigentlich, ja. Genau. Und das, was ich noch unter der Powerbank angeschraubt habe, war übrigens ein Dreibein. Ist aber auch hier, ne, wenn ich jetzt, na, sieht man, muss ich den Hintergrund, aber ich will nicht, ich hab nicht aufgeräumt, doch die Couch. Die Couch ist aufgeräumt, hinter mir steht eine Casting Couch. Wer mich mal besuchen will, nein, das versteht man jetzt wieder falsch. So, 105 aktive Zuschauer immer noch. So, Fragen verpasst. Ja, ach, Mikrofone, genau, natürlich dann, äh, weil, die Pocket 2 gibt's ja mit dem WLAN-Modul, das ist dieses Stück hier, meine Fresse, das ist doch gar nicht so einfach hier. So, ne, die Pocket ist ja eigentlich kleiner, die ist eigentlich nur so. Und dann gibt's das WLAN-Modul mitzukaufen, das ist so. Das WLAN-Modul, damit kann man dann zum Beispiel, äh, drahtlos, natürlich, logisch, äh, auf dem Handy alles bedienen. Äh, und dann kann man hier dieses Mikrofon. Vielen Dank. Ähm, mein Name ist richtig. Mein Name ist Lothar. Richtig. Mein Name ist Lothar, ich grüße dich. Vielen Dank dafür. So, und das ist das, äh, dazugehörige Mikrofon von DJI. Kann man den Puschel auch abnehmen, ne, die tote Katze. Aber ich würde ihn immer drauf lassen, weil, äh, ja, ihr hört ja, wer ohne Puschel arbeitet, äh, da hört man den Wind extrem, ne, wer mit dem Handy filmt zum Beispiel, und draußen ist es windig, so ist es mit Magnet. Und dann benutzen wir noch, ähm, ja, es ist spiegelverkehrt, ne, ich muss mich auch erst dran gewöhnen, ne, äh, die Rode oder Rode, ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird, Wireless Mikrofone, die sind natürlich auch mit, äh, roter Katz und so, bloß weil ich sie hier im Case drin hab, wie der Spiegel verkehrt, ne, was gleichzeitig lädt, ich hab's noch in meinen Storys, äh, erwähnt, da kann ich die dann reinstecken, ganz einfach, die Mikrofone, das ist eine Funk-Mikrofon-Strecke für Philipp und mich, benutze ich die, und dann, äh, drücke ich einfach auf an, und dann werden die drei Elemente hier drinnen automatisch geladen. Stefan, vielen Dank, mein Freund, das ist jetzt nicht nötig, das kriegst du zurück mit dem Kaffee, Minimum, wo wir schon lange von quatschen, das ist auch Wahnsinn, dass man das nicht hinkriegt, sich zum Kaffee zu treffen. Okay, jetzt hab ich, äh, ihr findet den Spruch, geil, kommt einfach mal mit. Ja, der hat sich so ergeben, den hab ich immer irgendwie so gesagt, nicht, auch nicht in den ersten Videos gar nicht so, das hat sich so ergeben, und dann hab ich gesagt, das machen wir einfach zu unserem Markenzeichen, ne, äh, kommt einfach mal mit, und, äh, ich hab auch schon gesehen, dass einigen das nachplappern jetzt, aber, ja, dann ist es so, ne, kann man nicht ändern, wo ist denn jetzt meine Cola? Ja. Bestellt ihr fast immer bei Wisch? Was stellst du denn für Fragen, Andreas? Du hast vorhin schon so ne komische Frage gestellt, ich bestell gar nichts bei Wisch. Und wenn du hier frech wirst, Freundchen, dann fliegst du hier raus aus dem Scherz, ganz einfach. Aber, das ist ja noch nicht frech, aber vorhin hattest du schon so ne komische Frage gehabt, ne? Was haben wir denn bei Wisch bestellt? Bitteschön, äh, sag mal doch mal, kann man die Mikrofone bei Wisch bestellen? Kann man die Kamera bei Wisch bestellen? Oder kann man, äh, äh, ja, weiß ich was, äh, die Taschen, ach so, Taschenlampe hab ich noch nicht gezeichnet, aber das wisst du ja bestimmt an dir schon, ne? Äh, äh, wer war denn das jetzt hier? Muss ich dich nochmal namentlich erwähnen hier, Freundchen. Ist weg. Ach, Andreas. Andreas, was ist los mit dir heute? Wie kommst du darauf, dass wir bei Wisch bestellen? Ich hab noch nie was bei Wisch bestellt. Halt, stopp! Moment, Andreas, du hast recht. Ich lüge. Ich lüge. Stopp. Moment. Philipp hat mir was bei Wisch bestellt, also ich bleib dabei, dass ich nichts bei Wisch, aber, äh, diese Silikonhülle hier, ne? Mensch, das ist aber auch schwierig hier. Für diese Pocket, hier diese Schutzhülle, ne? Diese Außenhülle, die gibt es zwar von DJI, aber nur für die Original Pocket, also nicht mit WLAN-Modul. Ich weiß nicht, was DJI, dass ich dabei gedacht hat und ich wollte die Kamera halt geschützt haben. Und du hast recht, ich hab dich schon sonst ausgemeckert oder angeflaumt. Äh, die kommen von Wisch. So. Ich muss leider weg. Schönen Abend noch und hoffe, Sonntag geht die Unterhaltung weiter. Ja, der Livestream wird hochgeladen, den könnt ihr nachgucken. Also, ihr verpasst nichts, ne? Und wer es auch nicht geschafft hat, auch nicht so schlimm. Andreas sagt doch bei Philipp, ja. Urbex Team Ost, hab die Shadowhawk S1695 geholt. Geht schön weit. Ja, die Shadowhawk leuchtet sehr gut. Die Shadowhawk ist Preis-Leistungs-Verhältnis gut. Die Shadowhawk ist auch sehr hell. Und die Shadowhawk hält auch lange. Das einzige Problem bei der Shadowhawk ist, äh... Moment mal, das kann ich euch zeigen. Welches Video war das? Äh, wo haben wir, ab wann haben wir die Shadowhawk gehabt? Ja, jetzt müssen wir natürlich einen dunklen Raum finden, ne? Ach hier, das Geisterschiff. Warum sollte man World of Warships spielen? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, machst du auch Filme? Ansonsten die Shadowhawk, die hat Philipp jetzt, die habe ich Philipp übergeben. Und ich habe mir geholt, selbst bezahlt. Und danach kam die Kooperationsanfrage. Auch sehr, ne? Auch sehr geil, ne? Ich hatte sie 14 Tage, 3 Wochen oder so und ich will nicht lügen und dann kam die Kooperationsanfrage. Ja. Und ich habe, äh, ja, die haben Angebot geschickt, aber ihr kennt uns ja mit Kooperationen. Nö, habe ich gesagt. Äh, ja, jetzt habe ich die Olight Marauder Mini, ist das, ne? Und die ist gut. Mich stört bloß immer, das stört mich, aber ich habe mich daran gewöhnt jetzt, weil die auch viele benutzen, äh, von den Urbexern, die Videos machen, dass die so einen Punkt in der Mitte hat, auch wenn du diesen, äh, äh, wie nennt sich das jetzt, jetzt komme ich hier wieder nicht auf das Wort, deshalb wieder Wortfindungsschwierigkeiten, äh, wenn du das Flutlicht anmachst zum Beispiel, Nicht den Strahler, sondern das Flutlicht und trotzdem machst du immer so einen helleren Punkt in der Mitte und der stört mich, das hätten sie irgendwie anders lösen können. So. Dein mecklischer, dein mecklischer, dein mecklenburgischer Dialekt ist cool. Jo, du, ich kann auch von der Küsse hier, du. Und pass mal auf, ich will dir mal was sagen, du. Weißt du, ich kann auch ein bisschen, ein bisschen platt kann ich auch noch, aber, äh, das kriege ich immer hin. Aber hier, die Touris kommen immer her, ne, und die sorgen hier, die sorgen hier immer, äh, wie sagen die immer hier? Also, bei uns fällt immer auf, wenn wir uns selber auf Video sehen, wir ziehen das eh immer so schön lang, ne? So eh. Aber die Touris kommen immer her und sagen mal Moin Moin. Ne, Moin Moin sagt man hier nicht. Wir sind ganz knallhart, kühl und kalt. Wir sagen einfach nur Moin. Hier auf Rügen im Norden sagt man Moin. Moin Moin ist Hamburg die Ecke und so, ne? Und dann denken sie immer, ja, ja, wir gehören zu euch Moin Moin. Nix Moin Moin. Moin Moin ist gesappelt. Bei uns heißt es einfach nur Moin. Zu jeder Tages- und Nachtzeit. Moin 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 Moin. So. Ihr seid einfach ehrlich und real. Nicht wie andere Rumbettler, PR hier, Werbung da. Ja, das wird irgendwann auch kommen, ne? Also, wir haben schon genug Angebote gekriegt. Wir haben auch gute Angebote gekriegt. Also, Olight war ein gutes Angebot. Und die Lampen, die sie uns zur Verfügung gestellt haben, die wir hätten behalten können, fand ich schon. Uh, habe ich gedacht. Aber, ich kann es euch nicht erklären. Alle anderen werden sagen, ihr seid schon doof. Nö. Dann sind wir eben doof. Genau. Ah, es heißt morgen, Friesen-Erbex. Hier, du musst mir einen Angriff geben als Entschuldigung. Weil Philipp, was mein Wisch bestellt hat. Nö. Andreas, das kannst du knicken. Mai nicht. Du kleiner Frech, sagst du. Wie bei uns auch Moin. Natürlich, Moin Moin heißt das nicht. Ich glaube, Moin Moin sagt man Hamburg oder so, ne? Bisschen Platznacken. Jo. Wenn man tau, ne? Hamburg ist nur ein Moin. Ja, woher kommt denn Moin Moin her? Gut, Freunde, damit es nicht zu langweilig wird, hier der Live-Chat, werde ich mal ein paar Fragen anmachen. Wie viele sind wir? Schreibt mal bitte rein. Ich kann das natürlich wieder nicht sehen. Und ich mache mal hier die Fragerunde, eröffne ich mal. Und dann kann ich euch mal ein bisschen was erzählen. Gute Farben hast du im Gesicht bekommen. Ja. Danke. Das stimmt. Das sieht man. Also, mein Bildschirm zeigt das gar nicht so an. Andreas, das verspart, circa. Morgen herzliche Grüße aus Rostock. Liebe Grüße zurück. Das ist ja gar nicht so weit von uns. Was machst du im Hintergrund mit OBS? Bei mir klappt das nicht so sauber, wie du das machst. Ja, das, 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 ähm, wie ist denn der Name? Ruhrpottpelzer? Du hast mir schon mal gesagt, aber bei so vielen, äh, ich, ich, ich hatte das Problem auch, wenn du jetzt, äh, Sachen im Hintergrund zu liegen hast, die andersfarbig sind, oder verschiedenfarbig. Ich hatte zum Beispiel, äh, Sachen, Klamotten auf der Couch zu liegen, und da war dann hier, oder da auch mal immer die Sachen kurz zu sehen. Und wenn ich jetzt hier kurz weggehe, dann seht ihr den Stuhl, ne? Den frisst du nicht gleich weg, und da seht ihr die Couch, ja? Aber er haut sie weg. Und wenn du dann hier Sachen zu liegen hast, die blendet er dann immer so ein. Also du musst es wirklich clean haben im Hintergrund. Du brauchst keinen Greenscreen mehr, 112, 112, Dankeschön. Aber, es funktioniert ganz gut. Das kannst du einstellen. Ich hab das über, nicht ich hab das, jetzt lüge ich ja, Tim hat mir das über, jetzt kann ich hier nicht rausgehen aus dem Programm, ja, über die Grafikkarte arbeiten wir. Du musst eine gute Grafikkarte haben, aber wenn du streamst, hast du ja gutes Material da, ne? Also, so, wer morgen morgen sagt, ist ein Sabbelkopf. Danke, Heidi. Habt ihr schon mal in Allerspace besucht, mit Geocaching verbunden? Ich habe das schon mal in der Nähe von Bernau als Nachtcage mit Freunden gemacht. War so eine Bunkanlage. Also, wir haben Los Plates gefunden und dann, da kannten wir Geocaching noch gar nicht. Heißt das Caching? Caching, ne? Caching, Caching. Und ich immer, was ist denn das? Was soll denn das hier, ne? Da war noch so, extra mit Deckel und so ein Röhrchen drin und dann stand da irgendwas drauf oder so. Und ich glaube, im Kinderheim sogar, musstest du ein Buch, im Kinderheim war es auch, musstest du ein Buch rausfinden, das irgendwo stand, dann die bestimmte Seite aufschlagen und dann aus dem dritten Vers, irgendwie keine Ahnung was, den fünften Buchstaben oder so. Und ich esse den Zell, was ist denn das für ein Schmalz hier? Null beachtet, bis ich dann mal später mitgekriegt habe. Das ist das, genau das, ja. Grüße aus Stade, meine Chefs kommen auch von Rügen, sind auch so wie du, sehr lustig. Wir sind eigentlich immer sehr kühl und werden immer sehr, ja, als sehr kühl bezeichnet und arrogant vielleicht manchmal. Aber wir sind einfach so, wenn man mit uns schnackt, dann blühen wir auch auf. Aber wir sind jetzt nicht so, dass wir jetzt hingehen und unbedingt jeden zusappeln müssen, ne? Das machen wir nicht. Also, hab ich ja, Top Laptop, zwei Wochen alt. Ja, der Laptop kann ja auch eine Woche alt sein, der kann auch zwei Jahre alt sein. Wichtig ist ja, was du drin hast, ne? Können wir mal, wenn ich es packe, mal über Dings auswerten hier, über, was arbeitet eigentlich Philipp? Philipp ist Koch, deswegen kann er immer nachmittags immer nicht. Der hat immer Spätdienst, seine Frau hat immer Frühdienst. Die ist auch in der Hotellerie tätig und die müssen sich halt die Schichten teilen wegen der Kinder. Und da halt Koch, ja, überwiegend nachmittags als abends ist es auch mal schwierig und gemeinsam viele fragen immer, wo Philipp ist und es ist immer schwierig, einen gemeinsamen Termin mit Philipp zu finden, weil Philipp immer arbeiten ist und wenn er mal frei hat, will er natürlich auch was mit seiner Familie machen oder auch mal was für sich, was man natürlich verstehen kann. Komme aus Wismar, wohne seit 1992 in Hamburg. Der Wismarer, ja, lässt der Name schon deuten, in Hamburg habe ich auch mal anderthalb Jahre gelebt. Ich habe dort meinen Zivildienst gemacht. Grüße aus Bad, Grüße zurück. So, jetzt fangen wir mal an, ein paar Fragen zu beantworten. Ihr habt bestimmt sicherlich schon was gefragt, ne? Kommt mal nach Leipzig, meine Ferienwohnungen sind gratis. Jo, also, sowas nehmen wir natürlich gerne an. Ne, wenn man mal ein, zwei Nächte übernachten kann, weil die Strecke ja doch ganz schön, also das ist natürlich mega. Steht das Angebot? Jilka, kennst du das Sauerland? Ne, bin Geografie nur totale Null. Ich weiß nicht mal, wo das Sauerland liegt. Philipp ist der Navigator. Der weiß auch immer, wo wir waren. Mir ist schon passiert, dass ich dreimal zum gleichen Lost Place gefahren bin. Ohne Quatsch jetzt. Da könnt ihr mich auslachen für. Es ist wirklich so passiert. Bis ich mir den dann markiert habe auf der Karte, dass ich schon da war. Wahre Geschichte. Ich denke, nein, das gibt es doch nicht. Beim dritten Mal habe ich gesagt, ne, Jilka, jetzt musst du mal, weiß nicht, irgendwie, irgendwas stimmt, wie viele Tabletten du nimmst, aber die Dosis stimmt nicht. Ihr kommt in eine Fals und ich mache Lost Place hier, gibt es einige, suche ich raus. Ja, der Lappi ist schon gut, sag ich mal. Ja, du brauchst halt, ich wollte ja unbedingt 4K schneiden und auch Livestream, deswegen braucht man schon mal gute Technik. Ja, kein Ding, also Urbex Team Oster steht. So, wunderbar, vielen Dank. Jetzt beantworte ich mal ein paar Fragen. Anja hat geschrieben, finde euch zwei tippitoppi, die Manta-Story beschäftigt wohl auch viele andere YouTuber. Erstaunlich. Achso, daher habe ich das nämlich. Ich habe mal schon mal durchgescrollt, so ein bisschen. Ja, haben wohl einige, also das ist auch eine einmalige Story mit dem Manta, ne? Nächste Frage. Wann gibt es coole T-Shirts oder Hoodies? Oh, habt ihr da Bock drauf? Würdet ihr das kaufen? Und wenn ja, was soll da rauf? So wie hier oben, JP Explorations, kommt einfach mal mit. Oder Kaffeetassen, oder weiß ich was. Bleibt mal rein. Bist du Fußballfanjäger? Nein. Ich gucke nur WM und EM und alles andere interessiert mich. Aber bei WM und EM, da blühe ich auch völlig auf, da bin ich auch völlig mit bei. Da springe ich auch mal auf und dann brülle ich auch mal los, wenn kein Tor fällt oder wer an ein Tor fällt. Aber ansonsten, Champions League, weiß ich was es alles gibt. Keine Ahnung, außen seit der Spitzenreiter, ich weiß es nicht. Interessiert mich wirklich nicht. Mir ist auch egal, wer an erster Stelle in der Bundesliga ist, ob die verloren haben oder gewonnen haben. Ich konnte diese Aufruhe mit FC Bayern und weiß ich was alles auch nicht verstehen. Es tut mir leid, Fußball interessiert mich nicht. Außer Weltmeisterschaft und Europameisterschaft. Kommt ihr mal nach Bayern Richtung Ingolstadt? Natürlich ist das alles mal geplant. Wir arbeiten es langsam vor. Wir haben jetzt Hamburg und Brandenburg, Berlin sind wir ja schon unterwegs, weil hier oben fast alles abgeklappert ist. Jetzt ist die Harztour geplant. Dann geht es weiter in den Süden von Deutschland noch weiter und dann geht es ins Ausland. Mit T-Shirts ist Toilettenpapier im Badezimmer. T-Shirts. Ihr wollt T-Shirts haben. T-Shirts mit euren Gesichtern. Ach, Gesichter soll auch auf. Denkt ihr, dass man einige Los P's durch eure Tun erhalten könnte? Denkt ihr, dass man einige Los P's durch euer Tun erhalten könnte? Also aktuell, das mit dem Mann da, ist ja jetzt hoffentlich so geschehen. Also ihr wollt alle T-Shirts. Overnight wollten wir machen mit Philipp. In dem besagten Hotel hat uns der Inhaber ausfindig gemacht und angeschrieben und das Video mussten wir offline nehmen. War übrigens ein 80.000er Video. Ne. 91.000, ne? Wartet mal kurz. Ich gucke mal. Ich kann ja noch in der Statistik gucken, wie viel dieses Video hatte. Es ist halt nicht mehr zu sehen. Wo ist es? Kleinen Augenblick. 91.000 Aufrufe. Und musste ich auch privat stellen. Ja. 91.000 Aufrufe. Hatte dieses Video, da hat uns der Inhaber oder halt die Gesellschaft, die das jetzt übernommen hat, in die Insolvenzverwalter, so genau zu sagen, uns eine Frist gesetzt, dieses Video von den Plattformen zum Nehmen, sämtliche Fotos zu löschen und auch alles Weitere, was dazu gehört. Ansonsten gibt es eine Anzeige. Und dem sind wir nachgekommen und haben das Video runtergenommen und wir wollten da ja unseren ersten Overnight machen, weil es ja noch ein schönes Hotel gewesen, da hat man sich ans Bett legen können. Wäre vielleicht auch für den ersten Overnight gut gewesen, weil man vergisst ja doch das eine oder andere. Und da hat man sich dann ein bisschen behelfen können. Da wäre man geschützt gewesen, ne? Und ja, auf Teppichboden hätte man gelegen. Ich weiß nicht, ob wir uns noch in die Matratzen, aber obwohl, das Hotel sieht ja noch gut aus. Hat einer das Video von euch gesehen übrigens, wo noch die Schwimmhalle und die Bowlingbahn drin waren? Wenn ja, schreibt mal bitte eine Eins in den Chat. Lieber Chat, wer das Video gesehen hat, bitte eine Eins reinschreiben. Und das Video mussten wir offline nehmen. Ansonsten Anzeige, ansonsten hohe Geldstrafe, ansonsten, ja. Und gerade immer die Videos, die gut laufen, ne? Aber es ist nochmal so. Das gehört dazu. So, ich war weiter bei den Fragen. Ich war weiter bei den Fragen. Er hat auch wieder, ne? Ein Deutscher, so. So ein Paletten-Shirt, was das Bild ändert. Ihr dreht jetzt aber vollkommen durch, oder was? Paletten-Shirt, ne? Oder wie war das so? Ich gucke gar nicht mehr hinterher. Hoodie mit eurem Logo und dem Spruch. Ich muss das nachlesen nachher im Chat. Würde ich kaufen. Das Haus, wo die Klingel noch ging, war geil. Ja. Letztes Video, ne? War ich ja auch schon mal beim Lost Place in Uckermark. Nee. Socken mit euren Gesichtern. Das finde ich cool. Socken mit unseren Gesichtern drauf. Das finde ich nice. Ihr habt da richtig gute, ne? So ein Paletten-Shirt, was das Bild ändert. Erst du und dann Philipp mit dem Play. Auch eigentlich eine geile Idee, ne? Sag mal, was stimmt denn mit euch nicht? Jetzt sitze ich hier wieder und mache mir wieder total Gedanken. Eigentlich habe ich das Projekt jetzt gewesen, den Livestream zu perfektionieren und Reaction-Videos rauszubringen. Äh, rauszubringen. Mir liegt es am Herzen, dich zu fragen, da oft neue Leute sich für die Urbex interessieren, welche Gefahren müssen sie beachten? Wie schnell gibt es Anzeigen, auch wenn ich was hochlade? Ah, ja, das ist eine sehr gute Frage. Da möchte ich auch nochmal was zu sagen. Also eins, warum habe ich eins gefragt? Wer das Video gesehen hat? Aha, ja, genau. Dann wisst ihr ja, worum es geht. Das war auch ein Traum, Lost Place, ne? Das Verlassen Hotel, alles drin. Aber wie der Vandalismus, also es ist unfassbar gewesen. So, jetzt mal zum Thema, weil ich das heute gerade wieder gesehen habe. Ich habe mir heute ein YouTube-Video angeguckt und da blendet der YouTuber ein. Das ist nicht zur Nachahmung empfohlen. Ich übernehme keine Haftung für, weiß ich was, bla bla bla. Ihr habt es bestimmt schon mal gesehen. Den Scheiß könnt ihr euch sparen. Das ist jetzt nicht böse gemeint. Weil, es musste ich auch erfahren, ich habe es da nie reingeschrieben, aber warum schreibt man sowas rein? Weil, wenn die Polizei nachweisen kann oder der Eigentümer, dass durch dein Video der große Schaden entstanden ist oder die Leute darauf aufmerksam geworden sind und dadurch größerer Schaden entstanden ist, dann wirst du auch dafür zur Verantwortung gezogen. Also, da bringt doch der Spruch nichts. Das ist nicht zur Nachahmung empfohlen. Ich will hier keinen Heten oder keinen irgendwie oder sowas dieses Mal vor einblenden, nicht zur Nachahmung. Wieso? Ich habe doch darauf hingewiesen. Weißegal in Deutschland. Das war ja bei uns auch so, bei der Hotel mit Schwimmbad und Bowlingbahn. Durch unser Video sind mehrere Leute darauf aufmerksam geworden und nach unserem Video wurde vermehrt eingebrochen. Die Polizei war fast täglich dort. Und wir hatten Glück, dass der Insolvenzverwalter so nett zu uns war und uns jetzt darum gebeten hat, das Video runterzunehmen von der Plattform. Er hätte auch gleich die Anzeige. Also, falls du zuguckst, vielen, vielen Dank. Er hätte auch gleich die Anzeige stellen können. Und dann hätte es uns härter getroffen, weil aufgrund unseres Videos wurden halt, also wir sind daran schuld gewesen, so kann man es quasi sagen, dass jetzt vermehrt Einbrüche dort sind und Sachen entwendet wurden. Und wenn die das nachweisen können, dann wirst du auch dafür belangt. So hat es ein Anwalt mir erklärt. Welche Risiken? Ja, man kann immer einstürzen, spitze Gegenstände eintreten, deswegen sage ich immer, Tonschuh verstehe ich nicht, kurze Hosen so und so nicht, man muss immer durch Sträucher gehen, auch wenn es im Sommer warm ist. Man sollte schon, ja, vernünftiges Schuhwerk, vernünftige Hose, ein T-Shirt ist okay und Handschuhe ganz wichtig, was ich ab und zu auch im Los Angeles vergesse auch, ja, und man sollte immer ein Erste-Hilfe-Set dabei haben, habe ich immer im Rucksack dabei, äh, mit dabei. Ansonsten gucken, wo ihr hintretet. Ich muss natürlich immer viel, auf vieles drauf achten, ob das Licht vernünftig ist, ob die Kamera richtig gerichtet ist, ähm, wo ich hinlatsche, dann gucke ich ja selbst noch, was mich so interessiert, ob von links und rechts jemand kommt, also, weil viele immer fragen und sagen, ich mache ja nichts, ne, stimmt, ich mache nichts. Der meistens macht Philipp der Bühler immer. Jirka, hast du wirklich Höhenangst? Ja. Also, wenn ich Stück für Stück, äh, und das als Zimmermann, das muss man sich mal überlegen, ne, ich bin früher mit Balken hier, ne, und, äh, Schachtel Nägel hier, einfach so hoch aufs Dach gekleidert über die Dachlatten, ne, in der Leere und nachher noch als Geselle und irgendwie, ich weiß nicht, warum ich jetzt Höhenangst habe, ich verstehe es nicht. Und wenn es so Stück für Stück immer höher geht, ne, jeden Tag die Rüstung oder so, dann ist es für mich auch kein Problem, dann gewöhne ich mich dran. Aber wenn ich auf einmal eine Riesenhöhe überwinden muss, boah, ich stelle mir mal vor, dass ich runterfalle oder ich habe mir diese Bilder im Kopf völlig beknackt in der Bühne. Wenn die Leute nicht darauf aufmerksam machen, ist es auch wieder falsch. Vorbeiflung so, ne, das ist Quatsch. Ich will jetzt kein Heten hier oder so, aber das braucht man nicht schreiben. Ähm, man appelliert an den gesunden Menschenverstand, von den Leuten, die das hier gucken, äh, dass dort, äh, dass sie das nicht nachmachen soll. Ihr kennt ja unser alter Jack S. Würdet ihr dort einige Sachen nachmachen? Ne, also. Also nicht bös gemeint, ne. Aber ich will damit sagen, dass auch wenn ihr das einblendet im Video, ich wollte ja gar keinen Heten oder so, ne, wird es trotzdem, kann es trotzdem zur Anzeige kommen und auch zur Verurteilung, ne. Auch wenn ihr das eingeblendet habt, ne. So, Mundschutz, ja, Mundschutz, genau, den haben wir nie dabei, gebe ich dir recht. Ganz wichtig, in Schirm liegen, ja, hatten wir schon öfter. Der Eigentümer der Gebäude muss Schilder anbringen, an denen das Betreten verboten ist oder Gefahrenschilder anbringen. Ja, das stimmt. Der Eigentümer muss dafür sorgen, dass das Gelände halt nicht betreten. Aber ich sag mal so, ich will mich da auch mit gar keinem streiten. Haus Friedensbruch ist Haus Friedensbruch. Der eine hat letztes Mal reingeschrieben und konnte in einen Kommentar, ach so, als ich das aufgelöst habe, der Obel Manta ist wieder da. Ich hab ein Haus Friedensbruch zugegeben, ja, aber das sieht man ja in den Videos. Wir gehen ja einfach rein oder rauf auf das Gelände oder rein in die Gebäude, ne. Und wenn wir keine Erlaubnis haben, wir haben auch ab und zu eine Erlaubnis, ne, nicht immer, aber wir haben auch ab und zu eine Erlaubnis, wir fragen vorher nach, dann ist es Haus Friedensbruch. Da ich euch verlinkt habe auf meinem Kanal, ohne zu fragen, ist das erlaubt? Ne, jetzt kriegst du eine Anzeige. Doch, natürlich. Das pusht uns doch auch nur. Das ist doch schön. Das freut uns doch. Also, viele fragen immer, wie ihr uns helfen könnt. Verlinkt uns. Aber ich komme jetzt ab vom Thema, ne. Stefan, Stefan, mein langjähriger Freund schreibt, deine Höhenangst kam vom AX. Ich hatte früher mal, Stefan, jetzt haust du aber auch wieder bei Schot, jetzt die Leute kriegen. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe mit Stefan zusammen auch an der Tür gearbeitet. Wir haben alles zusammen gemacht, ne, Stefan? Kampfsport, wir haben Training zusammen gemacht, wir haben eine Zeit zusammen gewohnt, sogar, ne, in der WG und wir sind abends zusammen zur Tür gefahren. Ja, genau. Und zu Beginn meiner Selbstständigkeit hatte ich einen Citroën AX. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wenn zwei Typen drin sitzen im Citroën AX und fahren zur Tür. Das sieht schon lustig aus. Aber aller Anfang ist schwer, das ist nun mal so, ne? Andreas fragt, warum hast du das Telefon nicht benutzt beim letzten Video, Jirka? Das rote? Da wäre ja, da wäre ja gleich, ist das, ist das nicht, so ein Regierungstelefon immer, wenn man das benutzt, dann ist immer Alarmstufe rot? Oder welches Telefon meinst du? Könnt ihr wenigstens eure Toren, Neukästen, Kosten und Technik denken? Boah, weil wir schon alles an Geld reingesteckt haben, in Technik vor allem und in Spritkosten. Ja, Philipp hat das gut gemacht. Also, wie gesagt, ich war ja, also es geht um den Tank, ich habe gerade entschuldigt, ich muss den Kommentar auch vorlesen. Also Liane schreibt, ich fand es so lustig, als du im Tank die Leiter wieder hoch bist. Für dich war es nicht, das nicht. Aber Philipp war ein super Coach. Ich war ja erst alleine da, wirklich, das ist wirklich nicht gelogen und ich habe mich nicht getraut, runter zu gehen. Ich habe abgebrochen und habe gesagt, okay, dann mache ich ein Video draus, wie ich halt auch mal versage, in Anführungszeichen. Ist ja nicht schlimm. Wenn man Angst hat, hat man Angst und ich war komplett alleine da und das war auch schon 18.30 Uhr und es wurde langsam düster und ich habe auch noch gesagt, ich verlaufe mich, ich weiß ja gar nicht, wo ich bin. Ich dussel habe auch nicht einen Standort gemacht, wo mein Auto steht, sonst machen wir das immer oder machen wir das, in letzter Zeit machen wir das immer. Also kannst du dich nicht zurücknavigieren, naja. Und dann waren wir wieder in der Gegend und dann habe ich gesagt, Philipp, pass auf, jetzt machen wir das. Und dann hatte ich die Idee, dass Philipp im Hintergrund erscheint und ich dann das neue Video reinschneide, wie wir dort reingehen. Andreas hat eine Menge Fragen, ich kriege das gar nicht mit dir. Achso, mit dem Telefon. Zitrone-Aix hatte ich auch mal. Schöne, klein, handliche. Nichts für riesige. Nee, aber der lief. Wie viel PS hat die Kiste? 45 oder so? Der lief. Und sparsam war der. Der fuhr zwar noch 130, 140, aber der war sparsam. So, Philipp und du sind ein Mega-Team. So eine Freundschaft ist Gold wert. Ja, vielen Dank. Das stimmt. Also wie er mich da runtergelotst hat, das ist... Ich war ja fest an Kunden, das sieht man gar nicht. Philipp, der Dussel hat vergessen, meine Taschenlampe auf volle Power. Da war übrigens noch die Shadowhawk im Einsatz zu stellen. Und deswegen sieht man nicht so schön, wie ich die Leiter runtergehe. Ich habe das erst unten gesehen, also ich war völlig weg. Ich war ja darauf konzentriert, nicht runterzufallen oder die Höhenangst zu besiegen. Und kurz in der Mitte blieb ich stecken oder blieb ich stehen und da hat Philipp mich dann runtergeholt. Das hat er gut gemacht. Kann ich auch alleine auf einen Lost Place gehen? Das sollte man nicht tun. Ihr seht es bei mir immer ziemlich oft, wenn man das zu Beginn oder wenn man das schon länger macht. Man sollte grundsätzlich nie allein auf einen Lost Place gehen. Ich mache es. Viele andere machen es auch. Aber wir haben auch einen gewissen Erfahrungswert. Das heißt aber nicht, dass wir vor eventuellen Gefahren geschützt sind. Also man sollte, wenn möglichst, immer zu zweit. Und wenn ich alleine auf einen Lost Place bin, melde ich mich an vorher. Also ich sage, jetzt gehe ich rein, gebe eine Zeit vor. Ich glaube, sogar im Öltankvideo sieht man das, dass ich da mich ab und anmelde. Und melde mich, also gebe ein Zeitlimit an und wenn ich bis dahin mich nicht gemeldet habe, dann ruft die Person mich an. Und während ich mich nicht melde, dann geht es halt zur Polizei und dann ist was passiert. Dann wird da jemand hingeschickt zu dem Standort. Also wir haben einen bestimmten Codex, also einen bestimmten Code. Also erst drei WhatsApp, dann drei Anrufversuche und wenn ich darauf nicht reagiere, weil dann muss ich das mitbekommen haben, dann vibriert das Video ja sechs Mal insgesamt. und dann ist was passiert. Wir haben 123 Besucher. Abo und Glöckchen. Ja, genau. Schreibt mal rein. Weiter geht's mit der nächsten Frage. Tobi, kann man euch mal auf eine Tour begleiten? Da habe ich ja ein bisschen, kleinen Umblick mal. Da habe ich ja ein bisschen umgedacht und habe jetzt immer gesagt, nö, aber das werden wir sicherlich irgendwann mal nicht. dieses Jahr, aber nächstes Jahr mal mit dem Angriff nehmen, mit dem Angriff nehmen, dass uns auch man auch begleiten kann. Optimalerweise wäre natürlich, wenn ihr sagt, wir haben hier ein Dos Plays, kommt her. Dafür müsst ihr mich mitnehmen. Entschuldigung, dafür möchte ich bitte ins Video rein und möchte namentlich erwähnt werden mit Adresse, Kontostand und Zeugnis der letzten zehn Klassen oder so. Nein, ist natürlich Spaß. Ramona. Konkret, gerne nochmal, wir würden euch gerne mal persönlich kennenlernen. Melden uns dazu. Ach, Ramona ist öfter mal auf Rügen und wenn es für euch okay ist, rechtzeitig, wenn wir auf der Ferienhaus sind. Ja, klar kann man uns persönlich kennenlernen. Warum nicht? Also, wenn ihr uns auf der Straße seht, quatscht uns ruhig an. Ihr braucht da, ich sehe immer so, die Leute sind so nervös, aber so ging es mir auch bei Montana Black. Ich habe Montana Black mal getroffen. Ich bin eigentlich ein total entspannter Bengel. Und damit damals, falls einer Montana Black kennt, aber Montana Black kennt man eigentlich, da war er noch mit, wie hieß denn der, türkische, die sich dann zerstritten hatten und da war, wie heißen die andere, noch gar kein, noch gar kein Star. Holle. Mit Holle. Falls ihr jetzt Montana Black kennt, Holle und wie hieß der andere nochmal, der Kleine? Ja, weiß ich nicht. Ist egal. Und auf einmal kommt der, ich will es jetzt nicht negativ nennen, ich komme nicht auf seinen Namen, Ham, 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 Hamid oder so, kam rein und dann, äh, den kennst du. Und, äh, auf einmal kam Montana Black rein. Und, das war für mich, ich war im Urlaub, äh, Bisping, Bispinger Heide, wir waren in, 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 in dem Park, im Center Park und er ist dort nochmal schwimmen gegangen. Und, äh, da war ich so aufgeregt. Ich bin trotzdem hingegangen, hab mich vorgestellt, moin, ich bin der Jäger, wollen mal fragen, ob wir ein Foto machen können. Da hab ich ihn das, äh, hab ich mein Handy rausgeholt und, äh, da hat er gesagt, gib mir, ja, gib mir ja das Ding hier, ihr wisst ja, wie er immer quatscht, ne? Und hat dann das Foto selber gemacht, damit es schnell geht. Er hat gemerkt, dass ich wohl ein bisschen nervös bin, die Kamera nicht geöffnet gekriegt hab oder so. Warum man eigentlich nervös ist, ne? Aber so geht es jetzt anderen, wenn, wenn sie vor uns stehen. Ja, und dann bin ich noch zu Holle hingegangen, weil der ab und zu mal in den Storys zu sehen war. Da hatte Holle noch keinen, noch nicht mal einen Instagram-Kanal. Ähm, Holger heißt er ja, ne? Und jetzt ist er ja, jetzt verdient er ja damit sein Geld. Also, äh, ja, so war das. Sandra K. schreibt, bin seit Februar riesiger Fan von euch, wo ich nur zu Hause war und bleibe bei euch. Könnt ihr auch mal nach Stade kommen? Ja, warum nicht? Wir können überall hinkommen. Was schreibt ihr denn hier? Ich kriege das gar nicht mit hier. Monte ist der alte Klassenkamerad von meinem Kollegen. Ehrlich jetzt? Ich habe mir Monte größer vorgestellt. Kleinen Augenblick mal. So, Monte kam rein. Mensch, wo habe ich denn das Bild? Äh, unwahrscheinlich eh. Und ich habe mir den echt größer vorgestellt. Das war, vor wie vielen Jahren war das? Vor 187 Wochen. Kann das eine Mal ausrechnen? Na, ich stelle die Kamera sich scharf. Ne, ne? Ne, stellst du dich wieder nicht scharf. Kann man das erkennen, dass es Montana Black ist? Ne, kann man nicht, ne? Stellt sich nicht scharf. Naja, auf alle Fälle haben wir dann ein Foto gemacht. Und dann bin ich noch zu Holle gegangen. Ja, egal. ein anderes Thema. Jirka, wer hat Lost Place erfunden? Jirka oder Philipp? Eindeutig Philipp. Wenn einer Lost Place erfunden hat, äh, dann, äh, Philipp. Philipp hat mich auch zum Lost Place gebracht. Ich kenne Rheiner Winkler, aber nicht persönlich. Park Magic, Miro, kennst du Rheiner Winkler? So, äh, hier wird gefragt, wie ist es für euch in der Öffentlichkeit durch eure Videos? Werdet ihr oft angesprochen oder ist es für euch entspannt? Also hier in der Gegend werden wir oft angesprochen, ja, und man will auch Fotos mit uns. Also das passiert bei mir schon häufiger jetzt. Sogar weiter, weiter weg sogar schon jetzt. Äh, 50 Kilometer im Umkreis von 50 bis 60 Kilometern werden wir auch schon erkannt. Hört sich an, ne? Aber dort werden wir auch, äh, nach Fotos gefragt und wollen mit uns schnacken, uns mal die Hand geben. Die Leute wollen einfach uns mal kennenlernen. Das ist auch okay. Ist vollkommen, vollkommen okay. Wir finden es ja auch, äh, gut, wenn sie unsere Intimsphäre waren, wenn ich mit Kindern, mit meinen Kindern unterwegs bin, äh, dann ist es immer ein bisschen, aber das hatte eine, wir waren, das hat der andere auch cool gemacht. Äh, falls du jetzt zuguckst hier, ähm, wir waren hier auf der Insel in einer, wie nennt man das? Ach so, Pirateninsel. Das ist so ein Indoor-Kinderspielplatz und er hat extra gewartet, bis die Kinder und meine Frau weg waren und ist dann zu mir gekommen und hat mich dann angesprochen. Das fand ich richtig cool. Das fand ich richtig, also er hat nicht, die Familienzweilsamkeit, sind wir ja zerstört oder er wollte da sich nicht reingrätschen, sondern hat gewartet. Die Kinder waren toben und meine Frau ist kurz auf Toilette oder so, glaube ich. Und dann ist er gekommen und, äh, wollte kurz mit mir schnacken, hat ein Foto gemacht. Ja, das fand ich cool. Du bist ja auch ein auffälliger Typ. Warum bin ich denn ein auffälliger Typ? Weil ich jetzt gerade braun gebrannt bin, 1,85 groß bin und 105 Kilo wiege. Ich wiege jetzt wieder 105 Kilo. Ich habe mich letztes Mal wogen. Ich schäme mich. Machen wir mal weiter mit den Fragen, ne? Sonst langweilen wir uns hier noch. Mit Tour begleiten. Ja, Ramona haben wir auch schon gehabt. So, macht ihr auch was anderes außer fahren nach Karte? Was war das? Oh, vielen Dank fürs Abo. Semmel. Ähm, Ja, klar. Machen wir noch was anderes außer fahren nach Karte. Ähm, ach so, das war es hier schon. Jetzt gehen wir mal auf den anderen Kanal. Und dort gibt es bestimmt auch noch ein paar Fragen. Wer oder was hat dich im Leben am meisten geprägt? Oh, das ist eine gute Frage. Wisst ihr, was mich am meisten geprägt hat? Die Story habe ich auch schon mal kurz erzählt. Das war die Geburt unserer Zwillinge. Und ich will das hier auch gar nicht groß anschneiden, äh, weil Andreas stümpfert nicht hier, ne? Welchen Rasierer benutzt du? Du hast immer so eine glatte Haut. Andreas wird hier erstmal gebannt jetzt hier. Der kriegt jetzt mal eine Abmahnung hier. Nein, Spaß. Ähm, das, 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 was für mich, mich am tiefsten bewegt hat, natürlich war die Geburt unserer Zwillinge. Und, äh, da, jetzt wollte ich gerade einen Namen nennen, aber den Namen wisst ihr bestimmt schon, aber möchte ich trotzdem nicht so öffentlich nennen. Das erste Kind war alles okay, hat geschrien, man hat uns das gezeigt, äh, war alles gut. Ich bin natürlich bei meiner Frau vorne geblieben, die haben uns ein riesen Tuch gespannt, ne, beim Kaiserschnitt. und, äh, und, äh, dann haben sie das zweite Kind geholt und auf einmal hat die Schwester es genommen und ist ganz schnell rausgerannt damit und das Kind hat keinen Ton von sich gegeben und ich hab gedacht, das war's. Das war das prägendste und schlimmste Erlebnis für mich und, äh, ja, da schießen 1000 Gedanken durch den Kopf, weil das erste Baby haben sie dir gezeigt und hat auch geschrien und mit dem zweiten Baby rennen sie sofort raus und, äh, du hast, ich hab gedacht, da fehlen die Arme oder die Beine oder ist doch nicht mehr am Leben oder müssen sie es reanimieren oder so oder ich weiß es nicht, das war ein ganz schlimmes Erlebnis. Und, äh, ja, dann kam die Schwester rein, rein mit unserer kleinen Maus, boah, und dann, äh, hat sie gesagt, komm mal mit, der Papa und dann hab ich meine Frau gefragt, ob es okay ist und dann, äh, stand ich da links und rechts, links und rechts. Es war ja ein Raum, dort, äh, ein paar Studenten, es war ja mit Studenten und so, ne, sich, und Ärzte sich ums Kind kümmert, da, ich wusste gar nicht, ich wusste gar nicht, aber das war ein prägendes Erlebnis für mich, das Kind, äh, ich hab gedacht, das wäre nicht am Leben. So, wir stellen mal, äh, die nächste, ach, wollte ich gerade sagen. Was sagen eure Frauen zu dem Hobby? Die akzeptieren das, was die tolerieren das und die unterstützen das auch, aber sie betreiben es nicht selber. Philipp, seine Frau war mal auf dem Lost Place mit, das habt ihr ja mal gesehen, ist wahrscheinlich, das Video habe ich auch hochgeladen, aber es ist es für Anne, sie ist es für Anne, ist das auch nicht. Sie hat viel zu viel Angst, die war nur noch im Dunkeln da, war auch sehr süß. Nächste Frage, wie seid ihr darauf gekommen, Urbexer zu werden? Ähm, wir sind keine, doch, na gut, okay, wir sind keine Urbexer, wollte ich gerade sagen, doch, ihr seht uns ja immer so, nur auf YouTube, wir haben natürlich auch noch andere Sachen zu tun, aber wie sind wir darauf gekommen? Also ich habe vorher schon YouTube gemacht, ich habe vorher, fälschlicherweise, was ich auch schon tausendmal erzählt habe, meine Kinder ins Internet gebracht, ähm, das ist ein Fehler gewesen, den ich auch sehr bereue und ich habe alle Videos von YouTube runtergenommen, die mit meinen Kindern zu sehen waren und bin dann, ich bin ja Sportler, habe dann Trainingsvideos und Sportvideos gemacht, damit habe ich eigentlich angefangen, ich glaube ein paar Trainingsvideos sind noch drinne und Sportvideos und habe mich dann für YouTube interessiert, quasi dementsprechend, habe auch ein paar Filme auf YouTube hochgeladen und dann kam Philipp und hat gefragt, du, ich habe hier ein Objekt bei uns ganz in der Nähe, da möchte ich mal reingucken, er würde sich gerne den Los Plays angucken, damals wusste ich noch gar nicht, dass es Los Plays heißt, ganz ehrlich und willst du nicht mal mitkommen? Dann habe ich gesagt, ja, wenn ich meine Kamera mitnehmen darf und so war JNP Explorations geboren, also ich hieß ja früher noch Familie B Punkt, das ist aus dem Grunde entstanden, Familie B Punkt, weil ich ja unsere Familie gefilmt habe und das Netz gestellt habe, weil wir mit Nachnamen, der fängt mit B an, deswegen Familie B Punkt, Abkürzung und das haben wir dann ganz schnell geändert oder ich in JNP Explorations, das heißt natürlich Jirka und Philipp, Erkundungen. Nächste Frage, oder habt ihr noch was? Ich schreibe da schon alleine, wie viele sind wir? Schreibt mal bitte rein, ich kann ja jetzt nicht rausgehen. Lohnt sich das noch oder muss ich schon wieder offline gehen? Wir sind schon eine, nee, eine halbe, 126, das ist in Ordnung, dann bleiben wir noch drin. Wenn wir unter 100 kommen, gehen wir raus. So, wie habt ihr euch kennengelernt, Philipp und ich? Ja, auch schon öfter erzählt, die Geschichte, aber natürlich kommen wir wieder neu dazu und wollen das wissen. Meine Frau und Philipps Frau sind Freundinnen gewesen schon und wir sind zum Geburtstag von Anne, also Philipps Frau gegangen und da war Philipp erst gar nicht da. Wahre Geschichte, weil er musste arbeiten, wie auch jetzt, weil er, wo ist Philipp? Er musste arbeiten, er ist der Koch, kam dann um 10 oder halb 11 nach Hause und kam schon angetrunken nach Hause und so weit mag ich ja gar nicht, ihr kennt mich ja und da habe ich gedacht, boah, das waren meine ersten Gedanken, wirklich jetzt, da könnt ihr Philipp fragen und alle anderen, was ist das bloß für einer, was ist das bloß für einer und ihr seht jetzt, was daraus geworden ist, aber so haben wir uns kennengelernt auf dem Geburtstag, von seiner Frau. So, Jackie71 fragt, wie bist du eigentlich zu dem Hobby mit Lost Place gekommen oder was hat dich inspiriert dazu? Jo, habe ich gerade erzählt, ne, ähm, Philipp hat mich dazu gebracht und dann habe ich Feuer gefangen und mich, ja, begeister mich halt einfach dafür. Äh, irgendwo stand auch noch, ach so, es geht ja weiter, hast du einen bestimmten Traum von einem Lost Place? Ähm, ja. Ich möchte gern mal, äh, in einem alten, verlassenen, wirklich schon, äh, wo der Zahn der Zeit dran genagt hat, ähm, Freizeitpark, so mit Riesenrad, wo noch die Autoscooter stehen, wo noch die Achterbahn steht, äh, wenn es sowas gibt auf der Welt, ich weiß, in Berlin gibt es sowas, aber der ist offiziell zu besuchen, ne, äh, dann schreibt mir bitte, wo das ist, das ist nochmal ein Traum von mir. Ansonsten, ich hatte schon öfter mal träumen, ich wollte mal ein Schloss haben, ähm, nun will ich nicht zu viel verraten fürs Wochenende, äh, einige Sachen sind schon in Erfüllung gegangen und je länger man das Hobby betreibt, umso mehr merkt man eigentlich, äh, was wirklich fasziniert an Lost Place, ne, wir haben jetzt hier zum Beispiel, ich kann euch ja mal zeigen, da fangen wir mal mit einem sehr guten Thema an, ähm, wir gehen mal auf YouTube rein, äh, bei YouTube rein, meine Güte, und dort zeige ich euch mal das Video, äh, wo wir gedacht haben, das begeistert die Leute und das hat uns auch begeistert, aber, wo ist denn das? Kleiner Augenblick, ähm, Wärmung muss weg, kleinen Augenblick. Das war die Fabrik, wo noch alles drin ist. Und das wollten wir auch immer mal haben und ich sage auch gleich noch was dazu. Schaut es euch mal an. Passt mal auf, wer das Video noch nicht gesehen hat. was ist die Heizungsanlage oder die Lüftung, keine Ahnung was das war. Also das war eine verlassene Fabrik, seit zwei oder drei Jahren erst und dort war noch alles vorhanden. Ich komme gleich, da steht noch ein Stapler. die ganzen Maschinen, die ganzen Verpackungen, die ganzen, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Es war noch alles vorhanden. Alles. Die komplette Fabrik. Wer war Millionär? Die Fabrik. Ja, okay. Ja, ich bin rumgesponnen. So, Freunde. Und, äh, achso, keinen Augenblick. Da sieht er nicht durch. Da habe ich gedacht, sowas würde mich begeistern, aber wisst ihr, was mich viel mehr begeistert? Wenn so ein Ding, das war jetzt, jetzt komme ich ins Stottern. Also, das ist schön mit anzusehen, das ist auch geil, da stehen noch Millionenwerte drin, aber das ist nicht so faszinierend, als wenn wir jetzt in ein Objekt kommen, wie zum Beispiel das DDR-Ferrenlager, wer das gesehen hat, ähm, das seit der Wende einfach verlassen ist, aber noch kein Vandalismus ist, der die Natur sich alles zurückholt, alles noch da ist, äh, und, äh, mich in eine Kindheit zurückversetzt hat. Also, ich finde es schön, wenn so ein Lost Place, ach, Mensch, mir fehlen die Worte, so ein Lost Place ist, der ist auch noch live, jetzt bin ich auch gerade noch ein bisschen aufgeregt, was wollte ich denn sagen? Freunde, entschuldigt bitte. Ähm, also, wenn es so, wenn sie dann, wenn sie die Natur alles so zurückholt, ne, äh, die Farbe so abblättert und alles alt, von der Architektur her und so, das finde ich viel, viel geiler, als wenn wir da in so eine Fabrik reinkommen, die gerade zwei Jahre frisch verlassen ist. Und warum bin ich jetzt überhaupt darauf gekommen? Achso, hast du einen bestimmten Traum von einem Lost Place? Ja, äh, es muss alt sein, es muss verlassen sein, es muss jahrelang leer stehen oder schon jahrelang verlassen sein, es darf kein Graffiti an der Wand sein, sowas gibt es ja selten, sowas hatte ich aber schon. Größte Lost Place, äh, den ich hier besucht hatte, mit 100 Räumen war das ja, das war ja mal eine Schule, dort war, das war auch Wahnsinn, genau. Ich quatsch mich hier um Kopf und Kragen, wir machen mal weiter. So, die nächste Frage, wenn du mehr Zeit hättest, wie oft würdest du in der Woche urbexen? Dreimal. Ich würde gerne dreimal losfahren die Woche, wenn ich das Zeit und, wenn ich die Zeit und das Geld dafür hatte. So, keine Frage, aber ihr seid privat genauso nett, wie ihr in den Videos zu filmen scheint. Äh, wie ihr in den Videos filmen scheint. Keine Frage, aber ihr seid privat genauso nett, wie ihr in den Videos filmen scheint. Achso, schräg schräg filmen scheint. Dankeschön. Habt ihr vor YouTube schon Lost Place besucht? Auch eine sehr gute Frage. Nein. Wir haben erst angefangen, als ich schon auf YouTube war. Habt ihr euch schon mal richtig verletzt auf einen Lost Place? Nee. Philipp hat sich mal den Finger geschnitten. Philipp ist mal mit der Treppe eingestürzt und hat dann ein paar Schürfhunden und blaue Flecke. Ich bin mal auch eingebrochen, hatte mir die ganze Schienbeine aufgeschrabt durch das Holz. Welche Art von Objekten besuchst du am liebsten? Da habe ich das schon von weggenommen. Das sind halt die Dinge, die jahrelang verlassen sind, wo auch so eine Zeitkapsel ist. Zum Beispiel, ja, wo der Passat noch drinne stand, noch DDR-Egeiz zu finden war oder das DDR-Ferienlager quasi ohne Vandalismus und so. So eine Plätze besuche ich am liebsten. Das ist halt Geschichte und berührt mich sehr. Haben wir noch mehr Fragen? Habt ihr mal ein Fantreffen geplant? Seid ihr überhaupt noch dabei? Ich gucke gar nicht mehr in den Chat. Wollt ihr ein Fantreffen? Wenn ihr mal ein Fantreffen wollt, dann schreibt mal bitte einen Eins in den Chat. Ich muss mal gucken, ob ihr überhaupt noch alle wach seid hier. Lieber Chat, bitte aufwachen. Habt ihr Bock auf ein Fantreffen? Machst du Lost Plays im Ausland oder wann ist das mal geplant? Nächstes Jahr. Was wäre dein Favorit? Belgien, Frankreich. Belgien, Frankreich. Also Friesen-Airbex ist immer noch dabei, sehe ich gerade und möchte Andreas. Andreas, du? Nee, du hast Hausverbot, weil du bist mir zu frech. Nein, natürlich. 1, 1, 1. Oh, 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 oh. Okay. Krass. Ich bin gerade ein bisschen... Okay, dann nehmen wir das in Angriff. Müssen wir irgendwo mal einen zentralen Mittelpunkt uns ausfindig machen. Ausfindig machen. Ich würde mal sagen in der Mitte von Deutschland. Weil ich kann ja nicht verlangen, dass ihr alle nach Rügen kommt und ich dort mal um den Zeltplatz kümmere und wir können ja mal ein Fantreffen organisieren. Mal, halt ja, jetzt rede ich mich vom Kopf und Kragen. Also, wenn so viele wollen, ne? Also ich könnte mir unter dem Fantreffen mal vorstellen, wenn wir mal irgendwie im Sommer campen, wir alle mal uns im Campingplatz treffen, mal ein schönes Grillchen zusammen machen, jeder bringt was mit und wir uns mal gegenseitig austauschen. Hier sind ja auch einige Airbags da mit dazwischen oder viele Airbags da mit dazwischen und also ich würde euch und Philipp auch, wir würden euch ganz gern mal auch privat kennenlernen. Also, ja, also muss ich mal, muss ich mal drüber nachdenken. So, jetzt müsst ihr mir weiterhelfen mit Fragen, weil ich habe hier keine Fragen mehr. Ich gucke mal auf Facebook nochmal, ob da Fragen gestellt wurden. Ansonsten, ähm, Daniel Jäcke fragt, fahrt ihr auch zu Objekten hin, die euch vorgeschlagen werden? Ja, klar. Wir kommen mit den Wohnwagen. Ihr habt einen Wohnwagen? Oh, das ist ja auch noch mein Traum, ne? Was, am besten Braunschweig? Am besten irgendwo, wo man zelten kann. Ja, das meine ich auch, ne? Zelten, schön Steak, schön Wurst auf dem Grill abends mal eine nette Runde machen. Und dann, und dann mit 30 Mann in Los Plays besuchen in der Nähe. Das wäre es doch. Wir fangen schön mit dem Bus vor und crashen den Los Plays, Freunde. Das wäre es doch, oder? Jirka, welches Video fandest du am besten bis jetzt? Und unseren Videos? Boah, das ist immer schwer zu sagen. Lass mich mal kurz gucken. Ach ne, das Letzte natürlich, das mit dem Haus hier, ich meine, Maus zeige jetzt nicht, ich lasse mal das Video ablaufen, dann wisst ihr, welches auch gemeint ist. Mit dem Swimmingpool, das war ein schönes Video. Also erstmal generell finde ich alle meine Videos gut. Aber du meinst jetzt bestimmt vom Platz her, ne? Welches schön war. Hier, das war auch heftig. Hausbesetzer drinne. Das war richtig heftig da drinne. Richtig gruselig da drinne. Welches Video fand ich am besten? Ja, es ist eindeutig das DDR-Fernlager hier. Weil ich Ostkind bin und auch in solchen DDR-Fernlagern war und Originalzustand noch. Ich würde sagen, das war mit am besten. Ja. Jirka, was ein Glück, dass ich dich schon kennenlernen durfte. Ist zwar schon Jahre her, aber die Erinnerungen sind noch super daran. Im M3, glaube ich, ne Daniel? Ich glaube, wir haben uns auch gesehen, als ich an der Tür gearbeitet habe. Kann das sein? Und irgendwann haben wir auch mal gequatscht miteinander. Das weiß ich auch noch. Aber wir haben uns, glaube ich, in der Disco, da wirst du auch immer gewesen, M3. Ist das richtig? Ich komme auch gerne auf die Insel Rügen. Sind ja nur 56 Kilometer. Also, wir würden es eher hinkriegen, wenn wir sagen, wir machen es mal auf der Insel Rügen. Dann würden Philipp und ich das sogar gemeinsam, wenn wir auch noch verreisen müssen, müssen dann, ja, die Idee ist schön, aber das umzusetzen ist echt schwierig, ne? Und wann haben dann alle mal Zeit zum selben Zeitpunkt? Stefan, ja? Ach, deine Tochter ist wieder da. Schön. So, mein Freund, wir hören uns. Ich muss meine Tochter sagen, Papa ausmachen. Ja, Stefan. Schön, dass du dabei warst und wir telefonieren, ne? Der Bunker. Tanja schreibt, der Bunker, wo es schießt, dann planlos zum Brunker. Du meinst den Riesen-Bunker, ne? Brunker. Der war auch heftig. Und es war starker Alkoholgeruch, wirklich. Es war dort, es war doch nichts gespielt. Und ihr habt ja auch gesehen, dort stand ja auch ein Stuhl, dort war auch Tabak auf dem Tisch. Dort war auch frischer Müll, also in den Tüten so. Habe kein Auto. Ja, da fangen die Probleme schon an, ne? So, äh, sorry, falls die Frage schon beantwortet wurde. Wie lange hast, habt du, ihr noch Lost Place Videos zu drehen? Was? Hast, habt du, ihr noch vor Lost Place Videos zu drehen? Ich hoffe, noch eine Weile. Also, ich möchte das Hobby noch eine ganz schöne Zeit betreiben, wenn es der Gesundheitszustand zulässt. Weil, äh, ich habe da jetzt so ein Hobby für mich entdeckt, was mich völlig erdet, was mich völlig runterholt. Ich war früher nie der Camping-Fan, ich war früher nie der Outdoor-Fan. Ähm, also Camping schon, wir haben schon gecampt, aber ich habe es nie verstanden, wenn Leute in die Natur rausgehen. Und wisst ihr was, wenn ich jetzt mal auf Lost Place Tour bin und das, wenn ich das besonders, genieße ich das, wenn ich das nicht genieße, mache ich das, wenn ich alleine bin. Äh, wir sind ja manchmal, fahren ja manchmal Strecken, wo weit und breit keine Zivilisation ist. Ihr habt es ja mal bei den Bunkeranlagen gesehen, wo wir die Drohne auch mal starten lassen haben. Das war ja mitten im Wald, kilometerweit. Und das genießen wir auch mal, ne? Mal den Hektik und den Trubel hier, äh, aus der Großstadt Binz, wollte ich gerade sagen, einfach mal. Und es ist einfach gigantisch, wenn du dort im Wald sitzt, äh, deine Stulle isst oder dein Brötchen und die Vögel zwitschern da umher und, äh, ja, können sich einige nicht vorstellen, aber Natur ist schon was Schönes, ne? Das holt uns echt runter. Das Kinderheim war sehr geil. Ja, ich muss mal, so. So, ihr Lieben, ähm, ich schaue mal rein, wie viel wir sind. Wer das Video verpasst hat, wie gesagt, ich lade es noch hoch. Äh, den Untertitel habe ich jetzt, oder den, den, das hier zum Beispiel, den Chat, hier habe ich jetzt nicht reingeblendet, ähm, weil man den in den Unterpunkten finden kann und der ist so und so zu klein. Habt ihr mir ja alle geschrieben, deswegen nehme ich ihn wieder raus. Ich schaue mal, wie viele wir sind. Ich will das auch nicht überspitzen und auch nicht zu langweilig machen mit dem ersten Livestream. Wenn ihr jetzt noch ein paar Fragen habt, ihr habt die bestimmt tausendmal gestellt, weil ich gucke ja gar nicht in den Chat, ne? Achso, der seltsamste Ort, an dem du je warst und du dich sehr unheimlich, und der, ich, das, oh, das läuft so schnell, der dich sehr unheimlich gemacht hat. Meiner war ein Narrenturm in Wien. Also der seltsamste Ort, aber nicht unheimlich, war der Öltank. Weil das, wie kann, so ein riesen Objekt, so ein riesen, äh, wie viele Millionen Liter passen da drin? Ich wusste das mal, weiß ich nicht. Aber die Akustik da drin, Leute, unten, das ist, du sagst ein Wort und das halt so 20, 30 Sekunden nach. Also wenn Philipp 10 Meter vor mir wegstand, ich hab die nicht verstanden, war jetzt immer nur und das war unfassbar, aber nicht unheimlich. Ja, ich guck mal, wie viele Leute noch sind. Ich will den Livestream auch nicht unnötig in die Länge ziehen und langweilig machen. Ähm, deswegen. Viele machen sich auch schon vom Acker. Irka, ja, im M3, beim Karneval in Tennishalle, wo du gewohnt hattest. Ja, stimmt. Karneval habe ich auch Tür gemacht, ne? Ja, ja Daniel, Mensch, die Welt ist klein. Äh, kannst du meine Frau Kathleen grüßen? Kathleen, hiermit grüße ich dich recht herzlich. der Öl-Tank war schon krass. Ja, 128. Ja, Freunde, ähm, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Ich würde sagen, fürs Erste reicht das. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich, äh, euch beteiligt habt, dass ihr eingeschalten habt. Ihr könnt ja mal gerne unter dem Video eure Meinung schreiben, wie es war, ob es langweilig war, was ich verändern könnte, was ich verbessern könnte, welche Themen wir anreißen könnte. Ich will jetzt natürlich auch noch Reaction-Videos machen. Wenn ihr einen Vorschlag habt, auf welches Video ich reacten soll, dann schreibt ihr mir das auch. Schreibt das auch in die Kommentare rein. Ähm, das war nicht langweilig. Das freut mich. Für mich kommt das immer so vor, weil ich auch immer irgendwie gefühlt dasselbe erzähle. Wünsche dir und dir gerne. Ja, genau. Wir hören jetzt auf, ne? Äh, also, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Am Sonntag soll ich schon verraten? Mit Philipp zusammen, das wisst ihr ja, aber nee, ich verrate es noch nicht. Der Trailer wird höchstwahrscheinlich morgen rauskommen. Ihr kennt unser Verhalten oder ihr kennt unsere Gewohnheiten und hier, ich kann nur sagen, äh, wo, wo ist die Kamera? Mensch, das ist aber auch spiegelverkehrt hier, ne? Hier, Gänsehaut. Ich hatte, ich hatte Gänsehaut. Ich hatte Gänsehaut. Versprochen. Versprochen. Wird ein sehr, sehr schönes Video. Und es geht ungefähr 45 Minuten, damit ihr schon noch vorbereitet seid. Stellt ein Bier und Chips kalt. Äh, ich verabschiede mich, äh, bis Sonntag. Dann wieder Mittwoch zum Reaction-Video und vielleicht Freitag wieder oder zum Live-Video und vielleicht Freitag Reaction oder Live-Video. Ich muss mal gucken, äh, wie ich das jetzt handhabe. Hab mich gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Ciao, ciao, bye, bye. Macht's gut. Euer Jäcker.